Du wirst ja keine Freundin, du wirst den Abos haben. Ich will einfach nur den Fame, den Tanzverbot nie hatte und nie haben wird. Du hast gesagt, wir dürfen keinen Namen nennen und selber nennt er Namen. Ich distanziere mich von allen Aussagen, die der Anubis gerade treffen tut. Ich mag den Lucky Schuss, ich habe nichts gegen ihn. Du bist der Lucky Schuss. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei www.twitch.tv slash Lucky Schuss. Und natürlich auch noch eine Facebookseite www.facebook.com slash Lucky Schuss. Ich habe den Salomaso hier bei Broforce, Indiana Jones. Der Salomaso, der kann einen auspeitschen. Du brauchst jetzt nicht ablenken. Es ist so. Es war Eigenwerbung. Ja, Eigenwerbung. Keine Schleichwerbung, es war ja nicht geschlinkt, es war offiziell erzählt. Oh scheiß. Messer, Messer. Wie viele Abonnenten hast du denn jetzt? Kann ich da mit viel Fame rechnen? Ja, ganz viel Fame. Okay, gut. Positiv überrascht. Sag mal Lucky, kennst du Broforce? Broforce? Schon mal gehört? Leute, es ist gut, wir auf jeden Fall holen das Game. Was kostet das? Weiß ich nicht, wie viel das bei Playstation kostet, aber gibt es auch für die PS4. Macht auf jeden Fall eine Menge Fun und ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich glaub zur Zeit, der Schleswig der PSN vorstellt. Ich bin mir nicht sicher. Echt? Ja. Ja, da kann sein, dass ich das dadurch weiß. Ehm, auf Steam kostet es auf jeden Fall nur 14 Euro, wenn sie es mir geholt hatte. Weiß nicht, wie viel es jetzt kostet, aber... Bei Steam ist ja eh nicht so mit den Preisaktualisierungen, also... Hä? Alle tot? Was ist denn hier los? Den Level kenn ich gar nicht. Ralford! Friede! Nein, ich glaub im letzten Monat. Was ist denn das für ein Level? Wo bin ich denn hier gelandet, das kenn ich noch gar nicht. Ist das jetzt echt dein Ernst, dass du mir solche Homos auf den Hals hetzt? Ja. Er setzt erstmal Söten auf mich an, ne? Seinen Hund. Okay. was ist das für ein level gewesen ich bin durch ein leeres level gelaufen ohne gegner ohne nichts lol das spiel hat immer wieder was neues ohne witz musik ist gut hat er wollte was hat er was du wollte nee was du brot hatte du dich da was hatte du dich da wie kiff gibt er dann frei wird spelled ich liebe deutschland vorgleich Du meinst aber natürlich mit den S davor, ne? Das magst du besonders. Wenn du das meinst, du musst das ja wissen. Das hast du mir ja das letzte Mal ein paar Frauen geschrieben. Ich immer. Ich immer. Ja, ich erzähl dir doch sowas ständig. Genauso wie ich gesagt hab, dass ich dich lieben würde, aber... Das Schlimme sind ja die Nacktfotos, die du mir jeden Tag schickst. Weil du denkst, ich find die schön. Aber nein, ich find sie nicht schön. Ja, wahrscheinlich. Du würdest mich nur warm machen. Nicht mit mir. Dass deine Frau wohl dazu sagt. Ich sollte abfahren, da sind die Aliens. Tschüss. Da sind die Aliens? Du hast aber jetzt nicht zufälligerweise in Spiegel geschaut, oder? Ja, ne, die Aliens aus dem Film Alien. Die gibt's bei Burfoss. Und du kannst sogar den Predator spielen. Und dann jedes Mal, wenn ich den Predator hab, dann fang ich an zu schreien. I am the Predator! Oh, Raiden. Von Mortal Kombat. Yeah! Der mit seinem Glitzen ist einfach nur übertrieben geil. Der Raiden? Ja, der Raiden. Kennst du Raiden? Hast du Mortal Kombat schonmal geschaut? Ich kenn Lucky Schuss. Kennst du den zufälligerweise auch? Nö. Nö. Okay, ich auch nicht. Wird nochmal cool sein. Wird noch mal cool sein. Ja, so sieht's aus, ey. Ich kenn nur einen Lucky Shot. Lucky Shot? Ja, Lucky Shot. Make... Lucky Shot. Lucky Shot loved the come shot. Also ich kenn den... Lucky Shot. Kenn ich. Ja. Einfach nur einen scheiß Glück hat. Okay. Na, haben dich die Söldner schon abgeholt? Die Söldner ist bei mir. Ja! Ich komm mal mit'n D20 rausgefahren. Ach das, wenn wir sind nicht gerade mit. Beut, na und... Buh oder Buh. Moin moin, heißt Fresh bei euch. Ein Kopfgeld wurde auf dich ausgesetzt. Ich würde ja nicht fahren, wie ich das... Na dann. Kann man eigentlich immer noch mit schießen. Glitschen? Wer glitscht heutzutage? Ja. Oder was heißt Glitschen, aber... Tricksten. Weil... Wenn du das Spiel einen gewissen Minecraft-Aspekt hast, kannst du hingehen und eben halt, wenn du es schaffst, äh... Oben an die Decke zu kommen, kannst du eben halt sämtliche Gegner umlaufen. Hacker. Cheater. Glitscher. Pussy. Null. Ist einfach ein Spiel-Aspekt, der mir gegeben wurde. Und ich nutze jeden Spiel-Aspekt. Also Autos, siehst du dich doch schon als... Kleiner... Trickster, ja. Wieso nicht tricksen, denn... Für die Missions... Ist doch okay. Ist doch okay. Ja, das machst du natürlich aber auch nur für Public, ne? Ja. Also im wahren Leben würdest du es sonst nicht machen. Wird es natürlich ehrlich spielen. Musst du natürlich auch dazu erwähnen. Ja, online auf jeden Fall. Du möchtest den Zuschauern ja auch zeigen, wo die Bugs sind. Aber ich bin ja nicht so ein Wichser und benutze hier irgendwelche Chiefs oder... Sondern ich benutze nur etwas, was eben halt... Frei AW-bar ist. Und warum... Riskieren, dass man stirbt, wenn man eben halt diesen kleinen Trick ausnutzen kann. Oh, ich hab den Highlander. Und jetzt bin ich Greg. Da hätte ich jetzt auch was du hast gesagt. Er hat den Highlander. Ja, bei Broforce kann man den Highlander spielen. Sei froh, dass wir jetzt 6 Uhr 26 haben. Und sie töten sich mal wieder selbst. Dämlich Towers. Mein Broforce ist das amerikanischste Spiel, was ich kenne. Du fürs Krieg gegen angebliche Terroristen. Und warum? Ja, der Grund wird nicht bekannt gegeben. Du liberisierst einfach nur irgendwelche Länderteile. Also mach sie zu amerikanischem Boden. Ach du Scheiße. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr lange machen, Leute. Ein, zwei Röntchen mach ich noch. Und... ...den... ...ruh ich den Host raus und zwar zum... ...Sultrin. Ich bin der Predator. Ich bin der Predator. Ausrufezeichen Multi. Könnt ihr natürlich bei dem vorbeischauen. Wo bist du Digga? Jetzt mal ernsthaft. Du kannst doch nicht nachschauen, wo drunter sein. Du bist irgendwo in einem Glitch, wa? Nö. Du kannst nicht trollen. Ja. Wo bist du... Wo sollst du sonst sein? Oben bist du nicht. Oben bist du nicht. Cheater, Hacker, Glitcher. Das gibt's nicht. Du bist irgendwo in einem Glitch, eierlich. Hashtag Glowler. Ein Mega-Alien-Wurm. Und es hat mich getötet. Wahrscheinlich killt er mich. Ja, warte mal ab. So ruhig dein Kopf geben könnt. Ich hätt's dir ja gegeben. Aber okay. Jetzt töte ich dich natürlich auf die unnatürlichste Art und Weise. Hallöle. Tut mir jetzt nicht leid. Tut mir jetzt nicht leid. Amerika! Und ich hab kein einziges Mal getroffen. Du hast aber ein gutes Ergebnis. König dir von Herzen. Ja. Das ist so ein riesen Wurm. Und der hat richtig, richtig mies viel Leben. Und er spuckt uns so eine Gülle, die dich direkt mal verrecken lässt. Und er hat mich wieder getötet. Ich hab's gewinnt. Ich hab's gewinnt. Moin Moin. Alles fresh bei dir. Nur der BVB. Nur der BVB. Das dürftest du meinen Sohn nicht hören lassen. Der ist totaler BVB-Hasser. Warum? Total der Bayern-Fan. Keine Ahnung. Von der Schule her. Ja. Irgendwas hast du in deiner Beziehung falsch gemacht. Irgendwas haut er dann immer raus mit Dortmund ist schwul. Na ja, klar. Was sagt der? Bayern cool, Dortmund schwul. Ich weiß nicht woher. Von mir kann das nicht haben. Ich war früher Dortmund-Fan. Früher? Warum heute nicht mehr? Weil ich das Schwachsinn. Ich finde da irgendwelchen... schwitzenden Männern hinterherzuschauen. Ich meine, ich stehe auf Frauen und nicht auf Männer. Ja. Hat doch nichts mit Schwul zu tun. Ich guck mir auch garantiert nicht solche runden Bälle an. Oder einen Ball. Der da rumeiert. Natürlich hab ich jetzt Kopfgeld. Du musstest ja dicker haben, wenn du Geld auf mich aussetzt. Ich versteck mich da mal bei mir in meinem Apartment, ne? Timo. Ab was sagst du denn? Hast du das schon geschrieben vorhin? Nee, Timo hat nur einen guten Morgen gesagt. Kann man mich denn überhaupt wissen, Timo? TROFORCE! Liberated, Bro! Also normal schon sollte man mich schon noch hören können. Ich hab einen dann. Normal schon, ne? Okay. Ach, jetzt kommen die Alien-Levels. Da waren doch noch andere Levels. Infra-9-Levels. Zack. Ich hab doch irgendwas vergessen. Fühlst du dich da am Strand unten sicher? Ja. Naja, das war der Part auf jeden Fall. Schmeckt das schon. Bis zum nächsten Mal. Wow.